Du knallt im... Hallo! Ein Wunderschön heute! Ey, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was wir hier machen werden? Ey, es wird ganz, ganz, ganz böse enden. Stimmt, ganz böse. Es ist eine schlechte Idee hier. Verpiss dich, du Sack! Nein! Verpiss dich! Mann, musste das sein! Jetzt sehe ich aus, als hätte ich mich voll gepisst, Alter! Ich mach nix! Guck mich an! Du an, Alter! Aber wenn sie es eh nicht, ich bin eh... Ich bin schwarz. Ah, guck mal deine Linse an, du Wichser! Ah, you got pranked! You got pranked! No! You got pranked! Weißt du, was ich liebe? Hä? Kaltes Wasser! Vor allem in der Winterzeit! Ich auch! 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 Silke auch! Digi, was machst du da? Digga! Verpiss dich doch mal, ich dusche, Mann! Digga! Was zum Problem, Mann, Alter! Du bist durcheinander! Locked! Ich seh nicht so Keller, wenn ich mich mache, ich mich habe. Richtig! Seh jetzt so die Texten! Du bist der Mond, ich bin dran! Ging go! Ohohohoh Kannste bitte Ich würd sagen erst mal Runde 2 bisschen Platz und dann musst du dich so schlafen legen und das jeden morgen danke ey leute und übrigens ne falls ihr noch nicht gecheckt habe wie viele abonnenten ich habe es ist richtig übertrieben checkt ich habe jetzt sogar meinen eigenen playbutton der ist richtig geil geworden checkt ihn einfach mal ab junge mit spiegel wie gesagt für die leute die mich noch nicht auf snapchat oder auf instagram haben einfach mal hier einfach mal abchecken damit ihr immer auf dem neuesten stand seit wo wir sind was wir machen und so und wann video hochkommt also einfach mal adden und so lohnt sich auf jeden fall ja hey du hast mir noch gar nicht deine eltern vorgestellt oder da oben ist ein bild schmackhaft wie heißen die denn bertha und wolfgang ich bin nur schwarz weil adoptiert und so nein nein vergessen das war auf einmal von tag 1 falls es nicht wisst letztes jahr war noch weiß hallo ja nee ich bin gerade zu hause ja warte ich frage mal hier ein paar mitbewohner ganz kurz kollege hat mich gerade angerufen ja ja wie viel brauchst du alles ja gut dann müssen wir meinen anhänger holen am auto das wollen wir machen weil er gerade angerufen seit wann macht youtube videos seit wann ich youtube videos mache ja ich mache jetzt schon youtube videos schon seit fast sogar wirklich fast zwei jahre ist schon echt seit wann hast du diesen kleinen durchbruch auf youtube geschafft die 100.000 die 100.000 wann waren meine ersten 100.000 also meine ersten 100.000 die kamen wirklich nach einer minute nachdem ich meinen kanal erstellt habe also das war wirklich ruck zuck ich weiß auch nicht warum wahrscheinlich hatte ich einfach nur glück oder gott hat mich gesegnet oder so ich weiß es selber nicht kam einfach so und stimmt die aussagen wirklich dass gott ihr vater ist bestimmt ob das gott mein vater ist ja das kann man durchaus sagen also das ist schon korrekt sind sie jesus ja also klar wenn man sagt mein vater ist gott bin ich jesus jesus kreist also du bist doch der coolste interview live bis zum nächsten interview nein warum hast du dich gesehen ich hab dich nicht gesehen zu bachs foto shooting ist hier am start bei ikea noch mal so eine wichtige nicht so wichtige sache die ich noch mal erzählen wollte und zwar wenn ihr mal meinen link klickt bin jetzt sozusagen amazon partner und wenn ihr auf meinen link klickt und über meinen link etwas bestellt dann kriege ich eine gewisse prozentanzahl von dem was sie eingekauft hat also wäre es wirklich echt richtig richtig korrekt von euch wenn ihr was bei amazon bestellt über meinen link das heißt warte so wie du es gerade erklärt hast wenn du jetzt wenn du meinst du hast gerade erklärt man kriegt eine bestimmte prozentanzahl von dem was gekauft haben das bedeutet wenn die 30 eier kaufen kriegst du davon sechs eier ab oder was er kriegt kein geld oder prozente von dem was gekauft nein ich krieg einfach nur ein bisschen zuschuss das würde mich halt echt wirklich mega freuen wenn ihr das machen würde das wäre echt also auf jeden fall wäre es wirklich nett von euch unterstützt mich würde mich echt riesig freuen und schreibt mir dann mal als ich es gemacht habe bei snatched oder instagram kennt ihr das wenn ihr einfach in den teppich abteilung wagen was doch immer ihr wisst was ich meine kommt und es ist so übertrieben nach teppich riecht das ist echt unnormal tschüssiger bis zum nächsten mal haut rein was machen wir jetzt schäle ich ein papier darum wer vorne kommt kommt okay bereit so leute das war es mit dem video auf jeden fall war das hoffe ich mal ein bisschen ein chilliger tag für euch vergesst auf jeden fall nicht die anderen abzuchecken die haben auch ein video hier hochgeladen wie jeden tag bis sonntag also nur noch bis übermorgen übrigens morgens fan treffen am 11 11 das ist fan treffen also schaut einfach vorbei kommt vorbei würde uns riesig freuen auf jeden fall danke dass ihr eingeschaltet habt wie oft sage ich eigentlich auf jeden fall mal halt die fresse auf jeden fall nein schreckt einfach meinen letzten videos ab checkt die beiden ab die haben auch ein video gedreht die beiden hier einfach abonnieren snapchat und instagram hinzufügen würde mich riesig freuen wir sehen uns morgen haut rein